Oben oder? Unter dir. Oh, oben drüber geht auch nicht mehr. Oh, drüber. Der kommt rein. Ach, sch... Ja, genau, weil ich... Weil ich unten... Geil. Was war das denn für ein Bullshit? Wo hat der? Drauf. Hast du den? Nee, angeschossen noch. Halt die Schnauze drüber von anderen Teams, du Vollidiot, ey. Oh cool! Sch... Ja Nu... Naaaaaaaaaaaißse! oh alles hinten beim 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 drop ist er auch von hinten nicht schießen alle weg nein der lebt noch kommt der von der scar muss unten kommen du kannst den geben aber ich gehe mal runter ich gehe mal runter hier ein auf auf zwei mann auf 200 südwest genau aus südwest kommen wir uns zu innen unserer motorräder und 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 Klappen. Ruhe jetzt! Ach! Was ist das? 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 Natürlich keine Waffe Eine vernünftige Waffe ist schlecht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, 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 das ist der andere Wo schießt der? Zone sein oder meinst du doch? Keine Ahnung Hinter der Mauer Hinter der Mauer Ich habe auch eine K-90 Ja, bis jetzt nur eine M4 und eine Winchester Dann geht ran Oben ist noch einer auf 195 Hinter den Felsen Den einen Hauskirbel ausgemacht mit dem Gidi Dreckshund 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na warte, pass auf. Der hat mich, der hat mich. Aber wann liegt das denn schon wieder so? Der hat mich, der hat mich. Ich hatte den. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.